Hallo, ich bin Sven Heidenreich und ich habe ein Gesuch. Ich suche Leute, die das Keyboard Yamaha PSRS X600 haben, die das gut erklären können. Ich selber bin voll blind und habe halt das Problem, dass ich viele Funktionen nicht weiß und auch nicht weiß, wo welche Taste liegt. Also natürlich habe ich einiges schon alleine rausbekommen, aber es gibt so gewisse Tastenkombinationen oder so, die ich nicht weiß. Und aus der Gebrauchsanweisung, ja, da werden ja meistens nur die Tasten als Bilder gezeigt. Das heißt, ich suche Leute, die entweder mir das Keyboard besser erklären können oder die vielleicht sogar eine Gebrauchsanweisung machen können, die man auch als Blinder, als Vollblinder nachvollziehen kann. Ja, Kontaktmöglichkeiten über meine E-Mail-Adresse oder über die Apps von Blinzeln, äh, über die Gruppen von Blinzeln meine ich natürlich, über die WhatsApp-Gruppen. Da kann man mich anschreiben oder Sprachnachrichten senden. Ich bin auch bei Skype als Musik-Sven in Facebook, Twitter. Ja, und habe auch eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, die da heißt Yamaha PSRS-X600. Und, ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn man das irgendwie umsetzen könnte. Wie gesagt, ähm, natürlich gratis. Also ich kann da keine großen, kann da keine Geldsummen für bezahlen für so eine Gebrauchsanweisung. Also wenn jemand das hobbymäßig macht und sagt, Mensch, cool, äh, interessiert mich, mache ich einfach mal. Oder ich habe das Keyboard selber, ähm, dann wäre es schön, wenn man sich da einfach mal entgegenkommen kann. Ich, man kann ja auch andere Gefallen tun, meinetwegen, äh, ja, dafür lässt man Ihnen einen Audiobeitrag machen im Podcast. Ich habe ja auch, ähm, ja, also das wäre auch eine Möglichkeit, also wenn da jemand ist, der mir da weiterhelfen kann mit dem Keyboard, dass sich etwas besser damit klarkommt. Das wäre wirklich super. Ja, das war es eigentlich schon mit der Suchanzeige. Dann vielen Dank schon mal im Voraus. Und man hört sich.